Moin aus meiner Atelier. Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ein neues Bild vorstellen. Es trägt den schönen Titel Teezeit mit Donut. Na klar, Teezeit. Ihr seht da drei Grazien sitzen. Fliegen sie oder fliegen sie nicht? Sitzen sie auf dem Karussell oder nicht? Auf alle Fälle Pop Art. In diesem Fall ein großes Format. Ein Querformat 90 x 120 cm. Es ist mit Öl gemalt. Öl auf der Leinwand. Und ich habe dieses Bild erst gezeichnet, dann auf der Staffelei und auf der Leinwand weiterentwickelt. Über mehrere Wochen. Und das Schöne ist, um was es mir dann ging, wenn man sich drehen lässt, wirklich die Farben zum Leuchten zu bringen. Ich denke, das ist mir gelungen. Viel Spaß mit dem Bild. Ihr habt es jetzt auf meiner Internetseite. Und wer es haben möchte, kann gerne eine Anfrage stellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer König Abora. RASTER Untertitelung. BR 2018